Das ist für mich. Kuska, mach dir schon gerade zu! Das ändert ja bald wohl die Mathe-Ergebnisse verschwunden und du weißt ja, wenn ich die Augen versuche... So viel Spaß! Hast du nicht mit meinen Karteikarten gearbeitet? Oder mit meinen Autoszeichnungen? Hast du überhaupt versucht, dich irgendwie zu bereichern? Äh... Leopit! Geht's? Ich bin schockiert. Ah! Geht's? Ahhhh! Hier! Der Papa! Der Papa! Ahhhh! 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 Sag mal jetzt! Hör dich auf! Ahhhh! 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 Wieso nicht? Du hast dir noch nie was von Patschakammer gewünscht, oder? Das verläuft nie gerade nicht. Du sagst ihm, du willst besser zu den anderen Kratzen und du bist gleich weiter zu den anderen Beinen, einem bald am anderen Ende der Welt. Das ist unheimlich. Okay, was würden Sie mir denn empfehlen? Du solltest mir wünschen. Ich... Papa, hallo. Ich bin König gewesen. Ja, ja, ja. Bussi. Papa, Bussi. Leon. Papa, Bussi. Komm her. Papa, Bussi. Papa, Bussi. Papa, Bussi. Das war hier so. Papa. Bussi. Papa. Papa. Mama. Papa. 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 Vielen Dank.